Ja, das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Zeitung, da sehen wir, glaube ich, jetzt den Artikel. Polizei sucht von mir nach Feuer Nevada. Nachdem ein verdächtiges Feuer eine Kirche in Heaven Point Nevada zerstört hat, suchen das FBI und die Polizei von Nevada nach einer Frau und ihren zwei Söhnen im Teenager-Altar. Ey, ist das schlimm einfach nur. Oh, hier Kleidung können wir noch aufräumen. Nice. Immer noch eine gute Tat. Finden wir dabei was? Ach so, sah gerade erst so aus, so. Also Zeitlupen. Eine Kiste. Hey, Mitbewohnerin. Ja, ich weiß, New York im August ist beschissen heiß. Du meintest, du magst die Hitze. Doch meine Wohnung unter dem Dach kann echt erdrückend sein. Ich will es dir nicht unter die Nase reiben, aber Aspen ist mein neues Zuhause für den Sommer. Tagestemperatur 21 Grad Celsius und, äh, 21 Grad und Jacuzzi am Abend. Anthony's Heim ist eher eine Skihütte. Nächstes Mal kannst du vielleicht mitkommen. Zuflucht für die Poetin. Das Beste-Einmitte für deine Schreibblockade. Und bitte sag mir, wann du mir die Miete für August zurückzahlen kannst. Die brauche ich unbedingt für nächsten Monat. Und hier in Aspen. Ich sehe dich am 5. September statt am 4. Also sei bitte angezogen. Halt dich fern von Ärger und denk diesmal dran, meine Babys zu gießen. Hab dich lieb, Emma. Ah, okay. Sie war so nah. Ah. Es ist, dass sie all das Geld zurückzahlen musste. Mrs. Reynolds. Ach, Karen. Heißt sie ja Karen Reynolds dann bestimmt. Ravensberry Verlag. Äh, Avenue, Brooklyn, New York. 21. Juni 2010. Sehr geehrte Miss Reynolds. Entsprechend unserer Unterhaltung am 10. Juni und ihres Unvermögens, ihr Poesie-Manuskript der andere Weg zum vertraglich festgelegten Zeitpunkt im 1. Juli 2010 beim Ravensberry Verlag einzureichen, trotz wiederholter Versuche, ihnen entgegenzukommen, bereuen wir es, sie darüber zu informieren, dass dieser Vertragsabbruch bedeutet, dass wir die Sammlung nicht länger als Teil unserer Reihe neuer Poeten herausbringen werden. Wie in Abschnitt 6 unseres Vertrages festgelegt, siehe Kopie im Anhang, hat der Herausgeber das Recht auf die Erstattung des vollständigen Vorschusses von 10.000 Dollar, falls der Autor das Manuskript nicht zum vereinbarten Datum liefert. Wir fügen diesen Brief an Formular und einen Zeitplan für ihre Zahlung bei LOL. Wie in Abschnitt 23 unseres Vertrages festgelegt, siehe Kopie im Anhang, fallen die Rechte für ihr Manuskript an den Autor zurück, sobald der Vorschuss vollständig erstattet wurde. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Rechtsabteilung. Wir wünschen Ihnen nur das Beste für die Zukunft. Mit freundlich grüßen, Alice de Moore, Poesie-Editor Ravensberry Verlag, New York. Was für Arschlöcher. Was für Arschlöcher, dass Sie... Achso, ja, Gruppenfoto, Bild, Gedicht, Gedicht, kennen wir. Ähm, nochmal eben nur gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Ventilator. Ich glaube ansonsten... Weil ich will ja natürlich wie immer alles mitnehmen. Auch wenn ich jetzt bestimmt schon was vergessen habe. Okay, Dude. Don't forget about David. Nee. Brief, was war das denn nochmal? Ich hoffe, Karen sende das zu Clarence Steven. Haben wir den Brief gelesen? Haben wir... Ich glaube nicht, dass wir den Brief gelesen haben, oder? Ich lese ihn jetzt einfach auf, wenn es natürlich lange dauert. Hallo Mama und Papa. Ich habe jetzt seit einer Weile über diesen Brief nachgedacht und ich weiß, dass er lange, lange überfällig ist. Also sitze ich heute Abend hier und denke über die Worte nach, die ich vor zehn Jahren hätte schreiben sollen. Ihr habt immer gesagt, alles passiert aus einem Grund. Aber verstritten wir uns deswegen. Ich verstehe jetzt warum. Es gibt einen Grund, warum ich denke, dass ich euch beiden heute Abend aus der Wüste schreiben muss. Ich weiß, ihr habt seit einem Jahrzehnt nur ein einziges Mal etwas von mir per Telefon und sechsmal per Brief gehört. Das tut mir leid. Ist doch nicht meine Absicht, euch wehzutun oder euch zu bestrafen. Wie ihr es mir vorwarft. Lacht nicht, aber ich wusste einfach nicht, was ich sagen oder schreiben sollte. Poesieblockade. Genau wie ihr mich aus eurem Leben ausschließen musstet, nachdem ich Esteban verlassen hatte. Ich verstehe, dass dies die Art war, in der ihr mit einem Problemkind, einem Einzelkind, das nicht euren Erwartungen sprach, umgehen musstet. Es lässt sich nicht verleugnen, dass ich euch enttäuschte. Doch die Last, das Gewicht eurer Ansprüche als Eltern hat auch mich enttäuscht. Ihr hattet so eine starre Vorstellung davon, was ich sein sollte. Dass ich einfach nicht die Chance, Gelegenheit hatte. Ah, nicht die Chance hatte zu erforschen, wer ich wirklich war. Ihr wolltet eine Tochter, die glücklich aufwächst, einen guten Job und großartigen Ehemann findet, sich niederlässt, um sich zu vermehren, Kinder hat und diese, glaube ich, groß sieht und in den Kreisen auf der Forschung vorzusetzen. Diese Tochter war ich nicht. Ich weiß, dass ihr in einer anderen Zeit und Kultur aufgewachsen seid und ich verstand euren Blickpunkt nicht, so wie ihr eure eigenwillige Tochter nicht verstanden habt. Vielleicht war das damals viel zu viel für uns, um es zu überbrücken. Nachdem Danny geboren war, wusstet ihr, dass ich eine Pause etwas Zeit haben wollte, um mir über die Dinge in meinem Kopf und Herzen klar zu werden. Es gab keinen Sinn für deinen oder Papa und das verstehe ich. Aber ihr sagt nicht, wie ich war so verzweifelt und einzig erst mal und war bereit, mir diese Zeit zu geben, weil er sah, wie unglücklich ich war. Ich gebe euch nicht die Schuld, an meiner Entscheidung zu gehen und vielleicht hätte eine Auszeit zum selben Ergebnis geführt. Wir werden es nie wissen und ich versuche, ohne Reue zu leben. Mein Leben war eine Achterbahn und es gab Momente, in denen ich mich danach sehnte, eure Stimme und Gedanken zu hören, selbst die negativen. Ich weiß, dass ihr mir helfen wolltet, als ich das letzte Mal mit euch in New York sprach und euch um Hilfe bei der Rückzahlung meiner Schulden bat. Auch eure Bedingung war es, direkt dorthin zurückzukehren und ich nicht zurückkehren konnte. Ich hasse es, dass dies unsere letzte Unterhaltung war. Es tut mir heute noch leid, dass ich euch anrief. Es tut mir leid, dass ich euch das Herz brach. Es tut mir leid, dass ich zuließ, dass ihr meines gebrochen hattet, indem ihr mich so lange zum Schweigen zwangt. Ich denke, wir haben genug gesühlt. Jetzt sitze ich hier unter einem blauen Feld, kristallender Sterne wie die Poetin, die ich hoffentlich bin und warte auf die Gelegenheit, eine alte Brücke zu meiner Mutter und meinem Vater wieder aufzubauen. Ich hoffe, wir können sie noch einmal überqueren. Liebe, eure Tochter. Sehr emotionaler Brief an die Großeltern, also an unsere Großeltern so gesehen. So, das alles kennen wir. Wo ist denn? Also, unser Ziel ist jetzt David sehen. Ah ja, das haben wir jetzt gesehen. Jetzt haben wir, was ist das hier? Zerberstetien zu niedlich, anscheinend hat Lila jetzt Konkurrenz. Hey Daniel, ich hoffe, dass es dir gut geht und du glücklich bist. Mir geht es jetzt so viel besser. Es hat ewig gedauert, bis wir einen Untergrund gefunden haben. Aber wir haben es endlich geschafft. Ich mag dieses, hatte Wetter viel lieber als jetzt. Bitte besuch uns bald. Danke, dass du aller meiner besten Freund bist, Sarah Lee. Wer ist Sarah Lee? 109. Schatzsuche. Wann hat er die Zeit gefunden, all das zu machen? Sonnenlicht, zukünftige Albträume. Sei die Kunst, BG-Verbrechen. Es war cool, eine Weile mit Jones rumzuhängen. Verbrechen? Verbrechen? Volltrottel. Und dann noch unsere letzte Nacht in Elway. Okay, äh, David. David? Wo ist David? Ich glaube, wir können uns hier nichts mehr machen. Ich hoffe, ich... Ist David hier? Aber ich werde es missen. Ja. Ich weiß es aber nicht. Äh, erstmal gehe ich alles angucken. Bild. Wusste ich doch! Wusste ich doch! Das ist David Madsen! Und da haben wir Joyce und hier haben wir hier, ähm... Jetzt bin ich gerade blöd. Ich bin gerade blöd. Max Caulfield, Rachel Amber und Chloe Price. Das ist Chloe. Leute, das ist David Madsen. Ich habe es gewusst. Ich habe nur so David gehört und höre so Stiefdüdel und denke mir so... Moment, das kommt dir doch bekannt vor. Ich wusste es doch! Arthur hat gesagt, David kann alles reparieren. Ja, der kann doch alles reparieren. Wie awesome! Lol. Das hier dürfte Chloe sein. Das hier, keine Ahnung, wer das ist. Dann macht ihr wohl einen auf Max. Ist das nice. Ist das nice. Hm. Ist hier im Bad was zu entdecken? Nein. Äh, Speisekarte. Von dem... Two Rails Diner. Nice. Wir finden hier tatsächlich noch was aus. Life is strange. Oder werden sie ja... Bilder haben wir gesehen. Kiste. Oh, was haben wir hier gesehen? Endlich die Bestätigung. Endlich die Bestätigung. Sehr geehrter Herr Mr. Madsen, beigefügt finden Sie Ihren neuesten Einzahlungsbeleg von der Stadt Acadia Bay wie im Schadensersatz... Schadensersatzausgleich verhandelt. Bitte stellen Sie sicher, dass der Betrag korrekt ist und dass Ihre Bank die letzte der Einzahlung erhalten hat. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie uns bitte von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. Mit freundlichen Grüßen, David Darren Barr, Beauftragter Glen Rose Versicherung Portland Origin. Ist das nice, einfach nur. Erstmal ansehen. Er war ja so gesehen, bei der Security. Oh, okay. Wie funktioniert das Ding? Ich kann nur... Äh, okay. Ich muss nur eine Suche zwischen 140 und 160. 140, 160, also 1,6. Nein. Hey, das ist das Loch mit 40. Ich höre nichts. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Morgen auf String Quartets. Ähm, nicht. Definitiv nicht. Ist das jetzt der Sender? Also, ich sehe nicht, dass es weitergeht. Alles klar! Hä? Warte mal, ich mach mal weiter. Kann das doch noch besser werden? Geht es einfach mal bis zum Ende. Also, da waren ja eben schon eigentlich alle Balken voll. Aber ich will jetzt mal gucken, bis wohin das geht. Ich sehe da unten, die Balken und... Please don't let the cops come looking for us out here. Don't think so. Keep scanning. Go on, sir. All I would say is now you have these eco-terrorists trying to shut down our way to life. Just to... Just to punish us. You can't even look at a tree anymore without getting some fine or new regulation. Ist das das? I mean, why is there snow? Okay. And here you go. Another hit from the backwoods on Dusty Rocks FM. How can you do all day long? Okay. Okay. Is this it? Sam's? Ah, shit. Now we can spy on the cops all the way to Mexico. Thanks, David. You big rebel. Ich wusste, das ist unser David. David Metz, meine Damen und meine Herren. Wir haben tatsächlich... Oh, da oben ist noch eine Kiste. Hallo. So. Von wem ist das? Chase. LOL. Victoria Chase. Wait. Sehr geehrter Herr Metzen, es tut mir leid, dass dies so spät kommt, aber ich hatte die falsche Postfachadresse auf dem Umschlag und der Brief kam zurück. Hoffentlich findet dieser Brief sie. Ich bin froh, dass sie Katja Bay verlassen haben. Oder was davon übrig ist. Ich bin jetzt in Therapie, was hilft. Habe aber immer noch Albträume. Ich hoffe, dass Max und Chloe ihnen Gesellschaft leisten. Die beiden sind ein gutes Team. Ich bin immer noch in Seattle und kümmere mich um die Galerie meiner Eltern. Ihre Partnerin Jessica ist großartig. Sie hat alles im Griff. Das Testament ist chaotisch. Mir wird es gut gehen. Es ist schwer darüber hinweg zu kommen, dass ich Mark Jefferson in gewisser Weise mein Leben verdanke, weil er mich in seinen verfluchten Bunker warf. Ich habe ständig sein gruseliges Gesicht vor Augen. Doch dann sehe ich sie, wie sie mich retten. Ich werde mich wahrscheinlich den Rest meines Lebens bei ihnen bedanken. Bitte bleiben sie in Verbindung. Ich werde noch eine Weile unter dieser Adresse leben und lassen sie mich wissen, falls ich ihnen bei irgendwas helfen kann. Alles Gute, Viktoriatsch. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön, Leute. Guckt doch mal. Also, David hat Acadia Bay verlassen. Und ganz am Anfang des Spiels, falls ihr euch noch daran erinnert, aller allererste Folge, musste man sich entscheiden, gibt es Acadia Bay noch oder nicht. Ich habe geschrieben, es gibt es noch. Das bedeutet halt eben, oder habe ich gesagt, zerstört? Ich weiß es nicht mehr. Kann gut sein, dass ich gesagt habe, zerstört. Das heißt, Chloe und Meg sind ja mit dem Auto weggefahren. Das heißt, diese Sicht haben wir. Im Spiel haben wir was anderes im Let's Play ausgewählt, aber jetzt so diese Sicht. Und Viktoria ist in Therapie. Sie hat Hilfe bekommen und möchte sich nochmal bei David bedanken, dass sie ihn gerettet hat. Ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, ich freue mich gerade so. Oh, das ist gerade richtig schön. Ich glaube, wir sind abfahrbereit, oder? Aber wie David jetzt aussieht, man hätte ihn erst nicht so erkannt, wenn ich nicht den Namen gehört hätte. Bin ich ganz ehrlich. So, was ist da auf der Karte zu sehen? Aber die Stimme hätte man sofort eigentlich erkennen müssen. Und ich habe die Polizei gefunden. Wie ist das? Gut. Jetzt, du willst immer wissen, was sie sind. Keine Überraschungen auf der Grenze. Okay. Das ist die schnellste Route. Wenn du da bist, cross zwischen diesen beiden Stationen. Jetzt. Du musst nach der Hauptbahnhof und durch den Dessert ein paar Mal. Ja auch... Mit dieser ... Ich verstehe Oy... Was ist das schön, danke David. Ich glaube, ich verstehe, was du überraschst. Als unsere Stadt wurde... ...destroyiert... ...by das... ...hurricane. Oh Gott. Meine Frau und seine Freundin waren... ...eine die einzigartigen. Wir haben... ... alle anderen verloren. Geez. Ich bin sorry. Ich habe sie verraten. Ich möchte beides sehen. Ich möchte beides sehen. ... ... ... ... ... ... Warum bist du hergekommen? Ja, das würde mich auch interessieren. So, ... ... ... ... ... ... ... Er hat das Haus hinter Stanley & Arthur. Er hat auch seine Eltern verloren. Also habe ich wirklich schlecht gemacht. Wir haben Freunde. Und er hat mir erzählt, wie ich hier anfangen kann. Er war richtig. Ich weiß, dass es weitergeht ist ein schweres Prozess. Ja, natürlich. Ich weiß, dass ihr euch verabschiedet habt. Aber ihr denkt, dass niemand euch überhaupt glauben wird. Aber die Wahrheit ist auf eurem Seite. Du und Daniel können nicht einfach immer wegschieden. Ist das so, wie du dich in 10 Jahren sehen möchtest? Ja, was soll man machen, David? Oh. Was sage ich denn jetzt, David? Und was sage ich, Daniel? Oh, ich wusste, dass es auf sowas hinausläuft. Ich habe es mir schon so geahnt. Ich habe es mir schon so geahnt. Ich habe es mir schon so gedacht. Also, ich will ein neues Leben. Aber, ja. Wir haben jetzt zu weit gekommen. Wir wollen nur ein neues Leben. Das ist es. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich versuche. Ich versuche, um ein Kind zu sein. Du bist zu jung, um mit all diesem zu reden. Das stimmt. Und... Daniel ist schnell aufgewachsen. Zu schnell. Das stimmt. Das ist, was ich überrascht bin. Du hast es hier gemacht. Also... Ich weiß, dass du auf dem richtigen Weg bist. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich muss wirklich das nehmen. Aber wie David jetzt aussieht, das ist... Oh mein Gott, einfach nur. Was ist denn? Ich finde das immer noch krass. Ich will nur mal kurz hier zuhören. Wie diese Minecraft... Wie diese Minecraft... Wohne. Aha. Kommt noch was? Ich finde es einfach nur nice. Also, dass David hier ist mit dem Auto in die Stadt verlassen. Was haben wir denn jetzt hier? Achso. Ey, ich finde das krass. Ist das einfach nur nice. Wollen wir Karen helfen? Hey. Oh. Nehmt du Hilfe? Ich habe nur die Level und die Filter geschehen. Ich wusste nicht, dass die Mechanikerin das geschafft hat. Also... Denkst du, dass dein Fahrzeug den Weg bis zur Grenze zu machen wird? Oh, es wird. Es hat mir nie zuvor geholfen. Wie lange hast du jetzt fahren? Nicht lange genug. Dad hat mich gelernt, aber... Ich hatte immer andere Pläne. Wir waren nicht zu viel kursieren. Hm. Esteban war mit seinen Fahrzeugen beschäftigt. Ja, das stimmt. Haben wir ja gesehen in der ersten Episode. Also in den Szenen, die wir mit ihm hatten. Er war altmodisch. Wollte, dass ich mich selbst finde. Ja. Ja. Er wollte nur meinen eigenen Weg finden. Whatever das war. Ich wünsche, dass ich mehr Zeit hatte. Das mit dem Schatten ist gerade cool. Das mit dem Schatten ist gerade cool. Ja. 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 Das macht mir nicht Angst. Ich will, dass es vorbei ist. Ja. Irgendwie auch. Aber ich glaube, mehr ist es das hier. Ja. Ich bin nicht sicher, dass ich das tun kann. Oder, dass wir ein neues Leben haben wollen. Aber ich bin der einzige, der ihn zu Sicherheit führt. Dein Bruder kann sicher nicht mehr ein kleines Kind sein. Da musste er zu schnell grunnen zu schnell. Trotzdem. Das machen wir doch auch schon. Er hat mir noch hilft, dass ich es machen kann. Vielleicht hast du recht, als ob du es wusstest. Nee, komm, so wären wir jetzt nicht. Vielleicht bist du recht. Du wirst es herausfinden, wie du immer machst. Okay, besser zurück zu meinem Tone-up. Okay, ich werde noch eine letzte Runde machen, bevor wir gehen. Ach so, ich könnte schon das O-Rail verlassen. Aber kann ich denn noch so... Ich bin noch mal in Mexiko. Hi, Sean. Hey, Leute. Kann ich noch mal mit denen reden? Na cool. Ich bin bereit, zu sagen, adios. Wir sind heute ab. Nein, du bist nicht. Wirklich? Ja. Alles okay? Ja, nur... Zeit, um zu gehen. Oh, Scheiße. Ich wünschte, du und Daniel könnten länger bleiben. Zu riskant für alle. Ja, aber es ist zu riskant. Es ist besonders für alle von euch. Wir haben alle einen Risiko, hier zu gehen. Schau, wir können dich von den Taten schlagen. Nicht diese. Sie wollen meinen Arsch. Es ist besser, wenn wir jetzt verlassen. Sean, ich werde das nicht versuchen, und es wird bitter. Außerdem, du und Daniel werden zurück zu besuchen. Genau? Na, wir werden es versuchen. Wir werden es versuchen. Danke schön. Oh, schön. Ich bin fertig. Ich bin einfach, ich liebe dich. Ich weiß, dass ihr beide ein tolles Leben in Mexiko sein wird. Du besser. Wir... Wir... Wir werden es funktionieren. Shit. Ich bin zufrieden, ihr euch. Take care. Du hörst? Oh, schon für Daniel. Oh, schön. Er braucht dich. Soll ich euch fast sagen, ich will jetzt gerade Chloe und Max sehen, jetzt gerade in diesem Augenblick möchte ich Chloe und Max sehen, weil ich jetzt einfach diese Bestätigung habe. Yes, das war David. Kann ich da hin? Aber ich kann da immer noch nicht hin. Weil da ja auch jemand wohnt. So, dann gehen wir jetzt nur noch mal eben hier zu ihr hier und dann verlassen wir das Array. Also hier Joanne, genau. Ah, Event. Event. Hey, was ist passiert? Ich habe einen Blick auf dieses Baby mit Hinsicht. Also, was denkst du?